Ja, hallo. Mir ist aufgefallen, dass ich so um die 2000 Abonnenten jetzt schon habe und mich dafür noch nicht wirklich bedankt habe, was mir leid tut, aber irgendwie bin ich nie dazu gekommen. Auf jeden Fall ist dieses Video dazu da, dass ich einmal Dankeschön an alle sage, an alle meine Abonnenten. Ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön. Das ist echt lieb von euch. Und ja, ich will weiterhin natürlich Videos machen und ich versuche die jetzt auch ein bisschen regelmäßiger zu machen, weil ich ja sonst eigentlich immer alle 2-3 Monate erst eins rausgebracht habe. Und ja, ich versuche das jetzt regelmäßiger zu machen und ich hoffe, ihr folgt mir weiterhin und guckt weiterhin meine Videos. Und ja, ein ganz großes Dankeschön an alle. Ähm, das ist voll komisch, mit der Kamera zu reden. Hi. Hallo. Hi. Hallo. Ich bin Marie. Ich habe voll den großen Finger in der Kamera. Oh mein Gott. Lieber. Bye. Bye. Bis zum nächsten Mal.